Endspiel im HSA-Final bei den Stadtmeisterschaften in Kitzingen im 3. Oktober 2012, dem 47. Geburtstag von Jan-Ovel-Waldner. Uman, die Nummer 1, das wir die Nahliga-Teams-Fallpart entzogen, der schon das Doppel gewonnen hat mit Varder, spielt gegen Christoph Weinhold, SB Fersbach, Uwe Liga. Das ist ein Problem. Vielen Dank. Oh, schön. Oh, schön. Oh, schön. Oh, schön. Oh, schön. Oh, schön. Oh, cool. Oh, Mann. Für den einen bekomme ich es. Ich wollte eigentlich Leute es in den Tisch einspielen. Ja. Daniel, für den einen bekomme ich 16 minus, äh, 16 plus. Für den anderen 15, 16 minus. Für den anderen nochmal so 10 minus. Ich wollte das nicht nur 7 minus. Oh, schön. Aplausos. 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 Vielen Dank.